So, Freunde, willkommen. Also, eigentlich wird das ein World Guild War Video, aber lass irgendwie ein RT machen, eines, mal schauen. So eine andere Sache, irgendwie, das wäre eigentlich was für Inter-Server, aber habe ich schon gemacht. Schau mal, wie man da irgendwie kriegen, okay, keine Ahnung, wer das ist. Schaut irgendwer von euch so, wie heißt der, Hardware-Deals und der Bauer, kreative Ecke und weiß nicht, wie sie noch alle heißen und hat irgendwie dieses Drama da irgendwie gestern und vorgestern mitbekommen mit Zen Chili. Irgendwie hätte ich so Bock gehabt, irgendwie so ein Reaction-Video zu machen, aber andererseits, denke ich mal, keine Ahnung, wer interessiert das irgendwie. Aber, habe ich irgendwie recht lustig gefunden. Ich meine, lustig. Eher halt so ein bisschen bitter, weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, wo ich jetzt irgendwie anfangen soll. Für die, die halt irgendwie nicht Bescheid wissen, er hat irgendwie so seine Community irgendwie so beschissen wegen Giveaways und hat das irgendwie manipuliert und, ja, keine Ahnung, hat irgendwie so ein, oh mein Gott, Alter, den Ernst. Bastard, ha? Und, ja, keine Ahnung, hat irgendwie so so ein React, also so ein Stellungnahme-Video dann irgendwie macht, wo er irgendwie rumgeheult hat, fand ich irgendwie extrem lustig, obwohl es teilweise traurig ist, ja. Keine Ahnung, hör auf mit dem Chat, ich hasse das, Alter. Ich habe das gesperrt, Alter, du kannst dich nicht umdrehen. So. Ich weiß, das ist so ein Free-Wing-Game. Oh, Serena-Bahn. Nicht übel. Okay. Ja, ich hoffe einfach, das wird nicht revenged, ha? Wie immer. Gott, der ist so langsam. Ich scheiße drauf, ich... ...mach's nicht. Kann man nichts sagen, mein Wunser ist nicht mehr Max-Agguracy. So. Das Problem ist, wenn wir die Riley nicht kriegen sollten, ha? Nice Defense Breaks. Stun wird eh resisted. Okay, prockt nicht einmal. Jo, was? Was? Wie kommt die Riley vor meinem Oliver dran? Serious? Wehe, du stanzt mich. Okay, Strip. Oh mein Gott, Alter. Okay. Fangt gut an. Machen wir gleich noch eines. Ha, jetzt ist es eh schon wurscht. Er hat absolut nichts dafür getan, um zu gewinnen, ha? Oh, was ein Scheiß, ha? Da ist es vielleicht wirklich scheiße, dass Wunser nicht mehr Max-Agguracy hat. Ja, gegen Rileys. Gegen Rileys und Mollys oder so vielleicht. Aber sonst macht Max-Agguracy leider überhaupt keinen Sinn. Das ist echt schlimm. So. Scheiß auf Oliver First Pick, ha? Ohne Spaß, Alter. Das ist doch scheiße. Wieso ist die Riley drangekommen vor meinem Oliver? Ich meine, komm, wer hat ein Speed-Lied? So langsam ist mein Oliver nicht, ha? War die Riley wirklich so schnell? Oh mein Gott, Alter. Diese Lack-Scheiße da. Das Ding ist, ich glaube, ich muss da Volantis bannen. Ich meine, schauen wir mal, was irgendwie noch kommt, ja? Wenn das irgendwie scheiße da läuft, höre ich hier gleich wieder auf. Dann ist eindeutig nicht der beste Zeitpunkt zum Spielen. Ich hasse ihn, Alter. Ich wollte... Ich will eigentlich Volantis bannen, halt, ne? Weil ich weiß, wir haben jetzt halt kein Speed-Lied, irgendwie... Keine Ahnung, ob er irgendwie cuttet. Okay. Ah, der cuttet sicher. Okay, nice. Der cuttet eh, wenn es prockt. Okay, Lucky me, Savannah. Na gut. Ausnahmsweise mal. Oh. Toll, ist ja schon irgendwie so gut wie alles weg, ha? Nicht schlecht. Ja. Okay, danke. Ich wollte schon sagen, ich meine, ich weiß... Na gut, dann können wir ja gleich noch eines machen, weil wir haben eines verloren, eines gewonnen. Matchball. Montag fängt endlich wieder Siege an. Das ist urbehindert. Vor allem, ich bin zu scheiße, gerade jetzt im Dezember. Ich brauche Money für YouTube-Giveaways. Und das war auch... Genau, das war bei ihm auch so. Stellt euch vor, ich mache ein Giveaway. Ich meine, mache ich im Dezember. Weil ich aber keinen eigenen Shop habe, ja? Oder irgendwas. Sage ich... Jeder, der am Giveaway teilnehmen will, also mitmachen will, muss mir irgendwie vorher ein, ich sage jetzt mal, ein Devilman-Pack kaufen, ja? So hat er das gemacht, hier. Urübertrieben. Also, um am Giveaway teilzunehmen, musstest du was aus seinem Shop kaufen, ja? Ich überlege gerade, Carlos zu picken. Das Ding ist, wenn ich Sekt mit... Wie schnell gab es jetzt die Eftner, ha? Scheiß auf Carlos, ha? Ich hätte auch irgendwie gerade Ryu picken können oder so einen Scheiß. Ja, wer hätte es gedacht? Okay. Das Ding ist, ich glaube, seine Eftner kriegt trotzdem... Also, wenn seine Eftner schnell ist... 119 Base-Beats, so eine behinderte Scheiß-Jugend auch, aber hey. Okay, seine Eftner kommt dran. Bastard, hm? Ja, Scheiß-Anlass machen. Was weiß ich, was dabei rauskommt. Ich habe so Angst vor dem Scheiß-Striker jetzt, irgendwie. Er hat mein Scheiß-Ding ins... Mal sehen, irgendwie scrollen. Ich weiß nicht, ob mein Haltz-For-Oliver dran kommt, ha? Speedbar? Der Robo kommt dran. Killman! Jo, na gut. Komm, wir müssen killen, ha? Oh, nice. Nice. Was haben wir gescrollt? In Scheiß-Striker, jo. Kill. Bam. Daumen rauf. Lucian. Na gut, da wären wir wieder. Aber komm, lass weiter machen. Das Ding ist, wann ist die Season auf? Ich glaube, am 17. Dezember oder was? Heute ist der dritte. Also genau zwei Wochen. Ich will irgendwie versuchen. Wirklich großartig spielen will ich nicht mehr. Ich meine, G1 sollte safe sein, aber zwei Skins wären doch nicht so schlecht. Muss ich zugeben. Das Blau von Woosa finde ich echt schön. Ja, aber hier nochmal dieser 10-Chili-Typ. Ich schwöre mir gerade, da der Woa work. Er hat auch jetzt irgendwie 6.000 Subs verloren. Seit gestern oder vorgestern. Und er hat ein Giveaway gemacht. Irgendwie mit so einem Google-Formular aller Excel-Tabelle. Hat das mit dem Handy gefilmt. Dann irgendwie auf Instagram Story gepostet. Und wie hat er das gemacht? Er hat das gefilmt halt. So wie ich das immer mache mit diesem Random Comment Picker. Er hat irgendwie eine Nummer gewählt. Also irgendwie so eine Nummer von 1 bis 2.000 oder was. Was er mitgemacht hat. Und die Nummer 13 hat gewonnen. Und dann hat er dazwischen so einen Cut. So ups, mein Handy ist gerade rumgespackt. Und er hat aber gezeigt am Anfang, wer die Nummer 13 ist. Und dann hat er einen Cut gemacht. Und dann war jemand anders die Nummer 13. Alter, wie dumm muss man sein. Wenn du das schon irgendwie fakest, dann musst du das wenigstens richtig machen. Und das ist... Scheiße, Backe, der Leica. Ich glaube, es schaffe ich Leica. Komm, lass den bannen. Er bannt eh Han. Er muss Han bannen. Ohne Spaß. Bann Han. Wenn er Han bannt, ja. Keine Chance, glaube ich, dass wir das gerade gewinnen. Wie soll ich drei Feuerunits und Tieren Lenk killen, ha? Mit dem generften Oliver. Und 50% Feuer Defense Lead. Keine Ahnung. Ist eh wurscht, ja. Nice Will Runen. Okay. Keine Ahnung, lass irgendwie Leica scrollen, ha? Okay, lass Leica nicht scrollen. Ist eh wurscht. Ich glaube, wir sind mal eine Chance am Ausdruck, wie der Leica. Aber der Leica dreht schon irgendwie durch. Ich habe absolut keine Reduces bekommen. Er geht eh auf Oliver, bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Okay. Okay, mein Freund, ha? Okay, wir gritten nicht mal den Tieren Lenk. Okay, scheiß drauf. Reden wir nicht drüber. G3 Luck ohne Ende. Obwohl es, glaube ich, egal ist. Das war halt... Das ist so ein bisschen ein Nachteil bei Oliver, ja? Bei Oliver First Pick halt. Und dann halt... Ich hätte vielleicht gar nichts zu... Aber es ist wurscht. Es ist scheiße an mir. Wirklich. Wurscht. Fangt eh schon wieder an, dass ein Liker resistet hat. Aber... Ja. Und ja, das Ding ist halt wirklich so. Er hat dann... Das Video hat er schon wieder gelöscht. Er hat dann gestern irgendwie... Also da haben sich diese ganzen Content Creator da, der Bau- und Hardware-Deals und Scheiße, ist wieder dasselbe Typ da. Haben sich da zusammengetan. Und... Er hat dann halt irgendwie so ein Reaction, also halt so ein... Auf... Den hier Dings hat. Er hat ein Statement gemacht, wo er irgendwie alles so erklären wollte und alles, ja? Und irgendwie nur plötzlich in Laura und... Keine Ahnung. Total verkackt. Und das Geilste war aber... Irgendwie so die Einleitung war so... Sie haben mich getötet. Sie haben mich getötet. So. Nasha und Marsha, hm? Na und... Na ja. So hab ich mir gedacht, hm? Okay, Scheiß drauf. Ich hasse fucking Abelio. Ihr geht mir auch so'n Arsch, die Unit. Und ich werde erpickt jetzt, was urbehindert ist. Wirklich. Ich finde, solche Units soll es nicht geben. Sowas wie Abelio, der dann einfach irgendwie free fürs Nix tun. Ja, pick ihm. Pick ihm. Ist das denn ernst? Scheiß drauf, hm? Das Problem... Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was irgendwie bangt. Bangt to Sidon, hm? Ja, nice lead, hm? Ja, ist eh wurscht. Meines genauso unnötig. Mach keinen Unterschied, da 30% Speed lead, aber... So. Okay. Ich glaube, ich... Komm, Savannah, mach mich stolz, oder? Was? Das ist... Geschlechtig! Was ist denn das für'n Nasha? Hast du Runen? Oh mein Gott, komm. Stunt Dismount. Bioproc. Warum nicht? Überleb, hm? Meine Savannah kann killen. Meine Savannah kann killen. Geh auf meine Savannah. Wieso kriegt er einen Bioproc? Wieso? Du verdammtes Stück Scheiße, oder? Hat's nicht gereicht, wie du mich gelackt hast? Kill. Kill. Fuck you, oder? Wirklich? Was ist das für ein Bullshit? Wieso kriegt er einen Bioproc? Was war das für'n Nasha? Attack, Crit Damage, Attack, oder was? So, wie gewinnen wir das, hm? Geh komm! Okay, scroll den scheißer Ballew. Was irgendwie ein bisschen behindert ist, weil er einen anderen Stack hat, aber ich... Ich hab grad Defense-Breakup. Hörst du, wie squishy sind die? Haben die, haben die, die Units runen? Jesus. Guck mal da, stirb. Stirb! Ey, wo ist der da? Sag mir nicht, proc jetzt nicht, und so. Proc jetzt nicht. Hörst du, verdammtes Stück Scheiße, oder was? Ganz ehrlich, oder? Ganz ehrlich. Und natürlich sterbe ich. Mann. Wie viel Lack kann ein einzelner Typ haben schon wieder? Verdammt doch mal. Kill dieses Scheiß-Nana. Wichser, oder? Kannst dich doch mal mit Lack-Sack gewinnen, hier. Was ein Drecks-Noop, oder? Wirklich? What the fuck? Gib her 50 Punkte. Gleich. Oh mein Gott. Was, 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 was für ein Feintee? Wie rumgelackt, hm? Komm, einen, machen wir noch. Ah. Na, ohne Spaß, wie der gerade rumlackt. Die Nasha. Allein, dass die so squishy ist, ja? Das nur mit Wounds und Serben hat die unter 40% Drop. Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Auch die Nana war always squishy, gell? Jesus. 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 Was würde ich für eine Neptis tun, hm? Serious? Ich bin immer noch first gepickt, hm? Tiern-Längs-Sack mit, hm? Okay. Ich muss halt irgendwie sowas picken. Er, er, er pickt sich ja so, Leo. Er ist alle mit neuen Scheißer Bellio, hm? Hm. Entweder war ich Oliver oder Sack mit. Ich bin Sack mit, hm? Er, er war, er macht er, er macht Seven oder Sack mit. Oh, er ist die Ernst? Er ist die Ernst? ok scroll in Gebiete oh mein Gott der Fullstrip wieso komme ich nicht dran oh mein Gott ehrlich was ist das schöne für ein Rumgelacke ja nice Stunts wenn nicht genug ich hätte auch Oliver ich meine ich hätte mir nie gedacht dass er Savannah bannt ganz ehrlich was ist los mit wieso bannst du Savannah ich habe mir nie gedacht dass er Savannah bannt ich weiß nicht scheißt hier ein Lenkpassiv boostet nicht viel hätte ich Oliver gebannt so okay okay na gut bleibt mir gar nichts anderes rüber jetzt schau und natürlich ja ja log 1 log 1 ja ist wurscht weißt du das ist richtig Pussy ja wer hätte es gedacht aber du Stück Scheiße wir outspielen dich trotzdem hoffentlich hoffentlich komm Alter wir müssen den Typen geben na easy komm pushback easy piu hörst du mal Judas wieso critelst du nicht Mario Brock war zu lucky aber hätte man nicht gebraucht mittlerweile habe ich glaube ich 88 crit rid auf Oliver was habe ich gescrollt in Chess Robo ist sehr unendlich magst du nicht liefen los mit dir ist schon süß oh Scheiße das war okay das war irgendwie dumm aber das macht so viel schade you stunten mich ja nice ja nice erlebt komm kill mein fair war irgendwie noch unnötig knapp aber was ist was soll man was machen das beschissene ist einfach ich kann nicht die nächsten zwei Wochen einfach da sitzen und chillen würde ich aber gerne was spinnt da für Leute Marsch der Miles okay dann doch ein Oliver so er braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Speedlead wenn er irgendwie da mit seiner F interessant aber ich glaube er bannt Wunser ich banne das scheiß Teil bitte sag mir dass du will runen hast das ging jetzt nicht oder du voll ich hab okay nimm jetzt ins motherfucker okay ich scroll halt was Nemesis so okay lass ich wollte gerade sagen Tableau killen okay lass doch eins machen ist doch scheißegal da mache ich dings mache ich mache ich erst world guild war in einem eigenen video und fertig 633 oder ist derselbe typ scheiße für mich ich keine ahnung ich mache die selbe kacke noch mal ich weiß nicht das war das war glaube ich das ja was soll man machen keine ahnung irgendwie was ist wenn ich dich jetzt bahn ach ich bin so ein idiot ich bin euler ich hätte ich hätte nicht dings ich hätte nicht handpicken dürften ich hätte ich hätte statt hand ein fairy king gebraucht die ah ne gott sie ja fna hat auch keine world ne Keine Ahnung, kill ihn. Weiß ich nicht, ob das die beste Ding ist. Jemaya wird glänzen. Er wird auf meine Savannah gehen. Wir killen den. Ah, Stunt mich. Er killt meine Savannah. Oh, Greedy. Komm bitte. Okay. Stirb. Aber gut, egal. Ja, das dritte machen. Scheiß am Pushback, bringt eh nix. Okay, Glancing. Das heißt, wir machen den zweiten. Jawohl, den dritten. Ja, 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 ja. Aber wir leben doch, mein Freund. Weg, 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 weg. So. Top 600. Also. Lassen wir es gut sein. Kann irgendwie wieder eine Woche chillen. Hoffe es euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Zum coping. Ja. Woanders. интерес pin.